so liebe leute sind wir auch schon wieder der vendetta lockt sich gerade noch ein und ja wenn du versuchst dann einfach mal weiterhin punkte zu sammeln und ich versuche mich einfach hochzubauen und weil unser zeug war zu bauen ja wem gehört denn die basis hier das kann ich glaube ich einfach rausfinden ich kann einfach mal du kannst einfach mal rum fragen moment jetzt müsste ich auch wieder und die leiter kommt durch die leiter werde muss irgendwo hier sein ich bin so schlecht ich bin doch leider wieder drauf man kann also nicht mal die öfen reingucken das ist interessant zu erfahren aha neu sechs login versuch gebraucht um mich anzunehmen das ist bitter ich lasse mir hier ein schild da moment geht es kannst du das machen würde daneben einfach stellen wer bist du vielleicht antwortet er hat rose titans waren aber ich dachte das wäre ich dachte das könnte dich interessieren dass die unten verstecke ist und so ja vor allen dingen der typ muss hundertprozentig wissen dass ich in der nähe arbeite weil so nah bei mir hier wenn er muss ja nur wenn es ist so der muss ja nur über den berg hier gehen ja und das weiterhin ist es so ich dieser idiot der gerade mal keine ahnung wie lange auf diesem auf diesem pvp ding ist finde natürlich gleich erst mal versteckt ja das ist schon seltsam aber ok stopp mich auch nicht ja außer wir werden den verfeindlichen verfeindeten gilt hey da unten ist vorsicht bringen bitte nicht um also oder warum war das mich die ersten schläge machen gut kommt auf dich zu bei mir hat er voll süße augen süße augen jetzt ok jetzt rennt drauf los und macht zwei schläge dann soll er tot sein aber gleich hintereinander muss die zwei machen sagen wir haben das xp hast du hast du hast du schwarzpulver bekommen leider nicht aber blumen oder ein schwein gefunden aber es dauert also ich es dauert nicht übel lange aber es dauert schon eine zeit bis man dings gemacht hat bis man 20 punkte hat ja ich musste 50 für mir holen um eine gilde gründen zu können okay es ist schon nicht ohne und gilden grundstück kaufen ist auch nicht billig ich gehe jetzt mal hier unten in die höhle weil die beleuchtet und das ist halt weh komm kommst du mit ja ich baue noch ein bisschen am weizenfeld weiter und soweit ich habe ja noch nicht möhre und sowas deswegen hat ja ein glück dass der möhre gefunden hat er ich will nicht versuche mich mit meinem weizen über wasser zu halten und die haben möhren ach möhren brauchst du ja ich brauche mich doch als ob du welche hättest nein ich könnte aber welche finden unwahrscheinlich aber versuch es ruhig möhren ich habe ich jetzt habe ich noch ein schwer wo max also wo bekomme ich möhren her also wachsen nicht das ist ja das problem an der sache und wo sind herrug bekommt man die dann her weiß ich nicht wo die hat geklaut aus dem normalen game übernommen aus dem inventar nee das geht nicht hey da ist ein creeper töte es es hat aber so süße augen so dann nehme ich mal ganz kurz 1 2 ich habe ihn hey darf ich mal kurz was sagen was ich habe zwei ich habe zwei schon ich habe zwei schwarzpulver ich habe acht ja aber du meintest doch hast du schwarzpulver bekommen ich dachte bräuchte es welches ich meine mitteilungsbegierde so wollte sie bloß sagen du ich habe acht ich habe hast du schon mal die schlucht gesehen diese große bei deinem haus in der nähe weil die sie ja da wäre gesund die sieht aus welche sohn riesen creeper explodiert weil das ist so und ich guck mal ganz kurz ob ich mir hier jetzt einen noch mehr kaufen kann leisten kann ich fahre mal noch ein bisschen mit ihr tiere mumps und dann tun wir mal ganz einfach die tümpel zum tun wir ganz einfach danach die stadt gehen und du tust du tust dich in der gilde anmelden bei uns und ich werde mir was würde ich sagen ich bin daraus jetzt und ich werde mir neue neue grundstücke kaufen das heißt mehr zeug für grundstücke ja dann können wir dann können wir wirklich mal so eine eisenmauer drum um die er so eine obsidianmauer um unsere gs herum gießen kann man pilze so essen kann ich rohes schweinefleisch essen und schicken noch wunderschön so du kannst rohe schweine vielleicht essen ich würde es aber nicht raten tue es gehe lieber in die basis und kochst hier aber du kannst aber auch nicht aber du kannst zu mir kommen ich habe noch was ich habe gerade was gekocht wenn ja gefällt das ruhe und ich gebe dir das gekocht ich schaue mich hier gerade um und dafür ist ich habe ein tintenbote hinein und dafür ist vielleicht finde ich ja noch ein paar verstecke warte mal ich muss mich kurz konzentrieren hier ist ein kleiner zum wie und der rent verdammt schnell und da habe ich keinen bock drauf geh weg ja mietze ihre base ist ja auch in der nähe bei uns ist sie ja die ist ungefähr 100 meter von uns entfernt würde ich sagen deswegen habe ich meine besser hier hinten aufgeschlagen greift die uns an bis jetzt sind noch kein kontakt ich weiß nur dass mit ihrer bestellten zersprengt wurde da hat jemand mit tnt spaß gehabt ich habe eine obsidianwand gefunden echt wo x minus 484 und z posten was brauchst du noch x 484 also 500 minus minus 400 ja mein und z noch 67 67 bist du hingerannt ich bin einfach mal so random overpowered überlegst du auch dass du wieder zurückfinden muss ja das ist aber einfach ich frage ja bloß nein aber wenn du die gefunden hast dann freut es sich bestimmt wenn du sie abbauen kannst abbauen kann ich sie nicht habe keine diamant hacke dabei die nehme ich auch nicht mit so weit mit raus ich habe eine spinnenhause einen schwein hast du noch ja okay falls es jemand angreift wenn wir wenigstens zweit sind also man kann das auch tatsächlich abbauen das obsidian hier das ist frei ich bin gerade auf dem weg zu dir musst du ganz nah an der stadt sein ja bin ich auch also ich sehe wenn ich an der obsidianwand stehe sehe ich das tor von der wand ja ich sehe die wand ach du scheiße könntest du das gebrauchen vielleicht irgendwann man kann die wand abbauen hast du gesagt ja zumindest wenn ich sie anhälte steht dort nichts ja ne du musst sie abbauen komplett damit sie siehst ob du es darfst ok ja bau doch einfach mal stein hoch weil wenn du den ja ich guck gerade was da oben ist ja alter ist das da oben das ist wo ist denn das für eine festung hier ok warum finde ich eigentlich immer alles ich frage mich was da oben drin ist in der festung kann man die area ist gesaved hier wie kann man nix machen also das gehört auch jemanden hier aber hättest du mal Lust mir einen Kampf auszutragen ich habe gerade eh nix spannendes dabei wollen wir zusammen ähm zur stadt gehen aber folg mir bitte nicht ich dir weil ich weiß wie es ja dann geht sonst entdecken die dich noch schnell ja entweder sie entdecken du zu mir du zu mir nein nein du zu mich ich seh's doch guck dir mal der geil guck dir nein du sollst dir mal den geilen Baum angucken ich hab's doch gesehen ich steh neben dir ach da wirst du ach warum stehst du plötzlich neben mir ich sage du hast weil ich gesagt habe du sollst mir folgen ach so ja aber er hört schon also ich höre doch nie auf dich das ist das problem nein oh geiler Stein gefunden was ist das für Stein das ist ein gecrafteter so okay wir müssen hier lang nein ich schaue mir nämlich gerade die ganzen Festungen bleib mal bitte bei mir hier weil es kommen gleich welche mit Eisenrüstung hier habe ich keinen Bock gegen die alleine zu kämpfen weil da verliere ich ja aber ich verliere dann auch ja wir aber zu zweit sind dann verlieren wir nicht deswegen sonst ja bei mir bleiben das ist der Sinn davon gewesen weißt du ja aber ich bin schlecht dir was zeigt ich will was erklären ist manchmal schwerer als im Kleinkind Lolli-Lutschen beibringt beizubringen ja abgesehen vom Lutschen kannst du mir vielleicht äh oh ne bitte was denn ich dachte wohl es war jetzt nicht anders dachte wohl es ist ein Lutschen da sind zwei Fleisch brauchst du mehr oder ne ne reicht erst mal komme ich erst mal auf fünf essen ich nenne es einfach essen okay jetzt pass auf jetzt kommen gleich Leute hier oh Kühe da hinten sind Kühe hol dir mal die drei Kühe da vorne ist auch ja ich schwimme gerade ich passe auf dass keiner kommt schnell beeiligt ja ich bin gerade mal so ein bisschen rumgeleckt die sind bestimmt ist einige deswegen da war schon drauf und das Fleisch mit mir da war noch ein hast du bei alle drei gekillt ja okay gut komm mit dieses bunte Haus was du da siehst ist der Anfang von der pvp Welt das heißt hier wird auch gleich jemand kommen nehme ich mal stark an denn Moment guilds online flupp oh Froggy und Susi sind online ich greife zwar ungern Frauen an aber ich meine es ist Minecraft ne was hat das damit zu tun und was heißt ungern ich greife in Ungern Frauen an ja genau nein ich meine ungern heißt nicht dass du es nicht tust okay ist anscheinend auch offen nur einzeln gedrängen ist nicht ist zu unterlassen ich will was hast du da für was hast du da für ein Bild Kugelfisch ich auch oh da ist ein Ofen hier ist ein Ofen komm mal her das ist gut das dann Ofen werfen wir das Fleisch rein ich bau grad Wirkbenches ab und leg die Wirkbenches als Brennmaterial rein geht das ja es geht ja es geht gut ich hab ich hab grad auch noch einer ich hab grad auch noch einer reingelegt okay ich hol grad Holz warte ähm ja ich äh schaue mich hier ein bisschen um falls jemand kommt ja ich hab einen Baum gefunden das ist ja dann erstmal das ist im Wald nicht gerade so unwahrscheinlich als ob ich offenbar bin ich bin ja nicht im Wald weißt du wem die die Workbenches sind voll unnötig bald sind im Wünsche nein sie die brennen voll unlang unlang was unlang hast du was gemacht die sind schon verbrannt komm mit komm mit komm mit ja komm mit so hier da hast du besser was zu brennen Feuerholz Feuer und das ist ein gesaverter Bereich hier da war ich letztens schonmal kann eigentlich auch nicht wo haben die eigentlich aber eigentlich wenn ich wo haben die eigentlich wo haben die alle eigentlich überhaupt 7 Jahren hier ganz schön Wald der Bereich hier was hat denn das nicht geholt not bad da sich was zu bauen intelligent im Wasser das heißt unsere nächste Festung werde ich im Wasser bauen auf jeden Fall wurde wir fluten weil man wollen wir wollen unser Grundstück im Wasser noch fluten das wäre natürlich auch eine Option grabenmäßig fluten oder ja dass wir dass wir noch mehr Grundstück uns kaufen und dann darum ein Graben basteln das wäre natürlich cool oh das ist ein Schaf schon geil wie die er schon geil wie du einfach mal so mein Fleisch weg frisst ja so ich hab auch grad Hunger gehabt ja egal das ist ein Spinne ich hab ein Spinne gefunden nein ich töt jetzt erst das Schaf ne ich bin da hab ich getötet weil ich brauch ja auch ein bisschen Punkte ich muss mir was kaufen davon aber ich das ist auch gesaved hier der Bereich kann man sich dann eigentlich aussuchen wo genau man den Bereich haben will oder wie läuft hast du Lust mal gegen mich zu kämpfen ne Runde also richtig ohne sich gehen also mit killen aber halt wir haben wir beide Eisenschwerter also weil da ist das ja gleich oh wir sind drei Schafe ohne Spinne ohne Spinne ohne Spinne aber ich ich würde ja dann hol die Spinne verlieren hol die Spinne wieso würdest du verlieren da hinten da hier guck da hier Spinne wenn ich dass wenn ich sterbe dass ich dann total wenig dass ich dann ja nichts mehr habe ja das kriegst ja dann kannst du ja wieder haben dann lass mich erst noch lass uns noch zwei lass uns noch eine Spinne suchen wie Punkt da ist mittlerweile äh 17 auch süß dann muss ja noch dann killt die zwei Schafe da oder das ist eine Kuh da ist eine Kuh hier ist eine Kuh noch holt ihr die Kuh hier noch das ist auch ein übelst krasser Palast hier ich frag mich aber wie sie den kaputt gekriegt haben haben sie bestimmt mit TNT reingeballert oder so vielleicht ist der ja gar nicht kaputt vielleicht ist der so ne das kaputt siehst du schon oder weißt du nicht vielleicht sollte es einfach nur ruinmäßig aufgebaut sein ich weiß nicht ich komm probier mal such du mal weiter ich probier mal achso du lässt sich ab oder alles klar da hat jemand ist ja ein paar lastig gesichert das bei uns ist alles safe ne bei uns das ist gesichert ja das habe ich tausend mal nachgemessen vielleicht die in einzelnen Steinen wo ist denn das da keine Ahnung hast du Fleisch oh Skelett bringt viele Punkte Töte es ok nein was denn sind die Knochen da runter gefallen naja egal warte ich will es gar nicht wissen so da hoch bei mir leckt es irgendwie minimal vielleicht sollte ich mal auf das texture pack raus ne wie gesagt es ist nicht sehr intelligent ein texture pack drin und sagen wenn man jeden einzelnen fps braucht hier sind beizen sein nehme ich mal mit kann man immer gebrauchen hier ist anscheinend ein gs was nicht geschützt ist lol lol das die voll texture pack leckt bei mir mehr als ein normales texture pack das kann aber eigentlich nicht sein doch es lädt wo bist du ähm bei der nächsten festung glaube ich kannst du dir direktere angaben machen ich schaue mich grad um nach weiteren tieren wo bist du denn bei mir ey warte mal ich hab 20 warte mal ich hab 20 punkte ja okay dann muss